m m m m boah, so mega Bock Warframe zu zocken Auch m 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 ECO RECORDER sprechen wird, ein einfacher Mann von unbekannter Abkunft. Äh, vielleicht habe ich selbst eine Jahrzehnte. Ein zerberinter Mann, gelebt in der ganzen Galaxie. Er wird mit dem Evil Smasher ins Feld ziehen, von ihr eigenhändig geschmiedet und unsere Galaxie für immer retten. Nicht die Welt retten, also ich weiß. Es ist deine Bestimmung, du musst mir den Evil Smasher abkaufen. Und unseren Planeten retten, dir winkt Ruh und Reichtum, Moxis, ja, vor dem Traueraltar. Was kostet ihr? Zwei Millionen Dollar. Ja, so geht's. Moxis, ja, vor dem Traueraltar. Rhyme Time. Oh, nee. Rhyme Time und Bitches. Auf sowas achtet er natürlich, ne? Boah, Alter, weißt du, da habe ich vorhin Warframe gespielt, so kurz mal. Was willst du verzapfen? Ich hör dir nicht zu. Überleg noch mal ganz kurz, was du gesagt hast. Ja, Logik und Stuff, ne? Ja, Logik und Stuff. Äh, vorhin Warframe so gezockt. Und diese eine... Ey, ich schwöre, Junge, vorhin Warframe so gezockt. Junge, Alter, krass, Mann. Junge, richtig krass, Alter. Ey, war mega krass. Mega imber. War voll Porno. Ja, auf jeden Fall. Oh, fuck. Die ist eine Verteidigungsquester gemacht, diese... Wo man halt easy peasy 30 Runden schafft. Achso, ja. Die auf, glaub, Killie kennen oder so, ich sieh's das. Ähm, ja, ich join da einfach so rein. Denk mir so, ich will unbedingt auf dieser Map die Verteidigungsquester. Jetzt, ich will weiter. Äh, hä? Ich join halt so rein, standartmäßig, komm mit richtig viel Luck auf die, auf die Map halt. Und, ähm, so, wirklich, äh, fünfte Runde. T1 irgendwas, äh, als, als Belohnung. Ja, ne, läuft, komm mal weiter, kein Problem, viel zu easy. Zwei Joinen raus. Ja, ich bin alleine drin, war du weniger. Ja, ne, wir waren zu dritt. Äh, ganz, äh, zu viert. Dann hab ich halt da mit dem anderen da, ähm, das easy peasy gemacht und join so zwei, ähm, zwei Franzosen so rein. Die auch irgendwie, keine Ahnung, wenig, äh, wenig verplant waren. Der eine, der hat nur rumgeneift, ist da und verreckt. Und der andere hat halt ihn wiederbelebt, ab und dann. Ja, dann easy peasy von, ja, und jetzt ist eine T2-Axt. Jetzt können wir wieder, äh, wieder Questen machen. Gescheite Questen. Ich hab noch ein paar, T2-Axt. Oh, dein Kopf ist weg. Aber bist'n du eigentlich? Ich töte grad. Holger's. Ja. Hast du auch ein, wo renst du hin? Ich renze grad außenrum nach oben durch, dass wir hochkommen auf die Plattform. Ach so, ja, dann sollte ich mal hinterherkommen, ne? Was? Sollte ich vielleicht mal hinterherkommen. Eventuell. Hm, dann nicht. Das war ein Selbstmod-viech. Oh oh, ungeil. Oh man, ich hasse sowas. oh ja ganz knapp das ist bei dir los gegner habe gerade doch direkt von meinem kopf geschlossen ja kein problem aus Versehen. Mach ich zum Frühstück. Da fällt mir ein, ich hab Bock auf Fruit Loops. Immer noch. Mach mir danach nicht. Ich hab auch Hunger auf Kaffee. Fruit Loops sind viel viel geiler als Kaffee. Kaffee stinkt. Im Vergleich zu Fruit Loops. Ich trinke auch keinen Kaffee, vorgewöhnlich. Ja, ich trinke gar keinen Kaffee, weil wir schmecken mal nicht. Nur Fruit Loops, Alter. Ich sehe, du hast Spaß mit Freunden. Ja, ja, ich camp hier in nem Kamin. Woppa Western Style. Du brauchst keine Hilfe, dann kann ich wieder gehen, ne? Ja, dann lauf ich mal weiter, ne? Ich loote hier in Midswut durch, ne? Ja, ich snack hier aber mal alle weg. Ein Shotgunzwerg. Ein Shotgunzwerg? Ja. Am Zwerchfell? Wenn man, wenn man Zwerg abzieht, bekommt man einen Zwerchfell. Also, soll ich dich jetzt echt muten oder, oder, oder kommst du wieder auf deinem Niveau und nicht auf Alex Niveau? Das ist dein Niveau. Ja. Scheiße, wenn ich recht hab, ne? Und wer loote immer wieder nicht? So, wieder da. Ich cut meinen Namen raus, bis zum Mongo. Ich schrei mal ein bisschen auf da oben, ne? Ja. Julian. Ähm. Komm her, du Fotze. Komm, Koppi. Komm zurück, Fifi. Jetzt gib mir doch das Fastbrett. Ach, da oben. Ja, doll. Mega Brain AFK gerade. Ja, du? Ja, wir können wieder zurückgehen, ne? Ja, ich würde es noch looten hier. Ja, ich habe keinen Platz mehr, ich würde verkaufen. Niko. Hm. Wir heißen nicht, was sonst Friendless. Ja, weil du Scheiße baust. Das ist ein Geschütz da oben. Ja. So, steht da. Da. Und da. Da. Hinter mir. What the fuck? Ja. Braucht du Hilfe? Nein. Nicht vor dir. Hö. Wie geht? Ich bin Niko, ich habe heute eine Stock im Arsch. Oh, ich bin voll. Hm. Ja, das nächste Neue ist, dass du voll bist. Oh, das ist ein Knopf. Boah, Alter, die neue Schrotze. Ja, gut. Zieht viel, aber... Ey, hier gibt es irgendwas. Willst du eine Pornoschrotze? Nein, aber einen Schalter? Ja, ja. Und der lasse ich mich nicht ganz ziehen. Das war nicht ganz warum. Oh, ich habe wieder alte Schrotze drauf gemacht. Die neue, die ist... Schön und gut, aber Bullshit. Beutelswerk. Wie ist denn Niko? Da oben drauf wollte ich. Wohin? 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 Ähm, hast du einen Plan? Wohin? Wie es das Ding hier aufmachen lässt? Nochmal. Wohin? 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 Das wird jetzt sicher, kann ich mal hier stehen. Vielleicht gibt's auf einer Seite noch eins. Wohin? Ja, das kann nicht sein. Man kann die Quest ja auch alleine machen. Wahrscheinlich geht ihr dann auch alleine auf. Aber muss doch irgendwas noch entriegelt werden. draufballern hilft nicht welch ein wunder schade zelt uns schaden so willst nach mir ginge werde es ja die lösung für alles du hast hunger erst ein paar kugeln fressen du vergessen geld mitgehen zu lassen wir haben ja so bisbirne wohin gehen wir hat es hier noch ein schalter nein ist nicht so gerade dann suchst du an der falschen stelle wenn es für gewöhnlich bin ich bin ich das ja gut also sucht über weiter ich gehe schon mal zurück die radio was anderes so muss ich jetzt wunderbar ich glaube ich auf den ganzen kurz schreiben dass wir aufnehmen kurz mal ich bin bluten ja ich schreibe es hier danke zum glück als jemand gesehen das heißt was ist doch egal jeremy weißt du schreibt immer so suite nachrichten sind hier liegt noch was ich werde die galaxie bewaffnet mit dem fliechen versuchte der mir vom weisen sehr markus überein geborgen werde ich herz und vor dem vordrängen des verbösen befreien ich muss immer dass ich zu hören bestimmt bin ich muss nur gehen und nicht meine fixe die 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 ja die schrotze baller viel mehr selbst die geht weiter nico wunderbar ja gut dann soll ich zurück laufen würde ich sagen will ich aber nicht ich glaube ich komme gerade in dem selben ding raus nur von anderen richtungen ich höre den geballer schon wieder ja ich sehe dich da hinten auch bist du verrecken ey shotgun zwerg halt bring jetzt bitte nicht den mit dem zweichfeld bring nicht den nein tu es nicht tu es nicht tu ich nicht nein julian nicht den mit dem zweichfeld mit dem wo 1 wo wir müssen wieder wir müssen ganz raus haben wir etwa schon alles gemacht nein wir müssen zu unten rein in die dinge ja die quest sagt ja was anderes das liegt doch direkt unten drunter du vogel da die quest müssen wir machen nein nicht die die andere wir haben reingehören schadfluten ja gut dann versucht das mal ich kenne hier noch ein paar leute aber bis jetzt sehe ich gerade wenig möglichkeit hier irgendwas zu looten shit laden baller geht bei den ab nein sind noch welche komm 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 hast du nicht geschissen gekriegt irgendwas zu finden was soll ich finden ja keine ahnung den schalter dingsteil oder was du suchen willst halt das was du halt machen möchtest hier ist klar dass ich gerade hier unten in die höhle reinrennen ja ist mir klar hier ist was klar das glaubst du selber nicht du siehst halt nicht aus als ob du in der höhle drin wärst weil da ja ich bin auch gerade eingangs nicht mehr da drüben ist er platz zwischen es heute die richtige quest aktuell ne ja ich denke schon oder nein das ist die falsche sind wir hier gerade überhaupt ja wir machen doch gerade die ähm wir haben die doch schon fertig gemacht wir haben die ganzen sachen gefunden nein wir müssen das ding noch holen der verlorene schatz hier das ist die richtige aber dies ist nicht hier das ist hier nein das ist nicht scheiße das ist nicht hier seit vorhin schon nicht oh man 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 ist nicht laufen wo geht es denn dann ok dann lass noch schnell Kai finden ach der ist auch hier mit einer ist